Hallo und herzlich willkommen zum Assoziationsspiel hier mit dem lieben Therapeuten bei Goodbye Deponia Hämmer. Wir kriegen Karten und müssen erraten, nicht erraten, müssen sagen was wir darin sehen. Genau, und wir müssen immer noch Deponia retten. Machen wir jetzt immer mal weiter. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Elysium startet in Richtung Utopia. Das bin ich, zusammen mit Goal of Elysium. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Ich würde sagen, dass... Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen. Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Ähm, aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Was erkennen Sie hier drauf? Ein niedliches Vögelchen erkenne ich daran nicht. Eine bezaubernde Funkelelfe. Ein wunderhübscher Schmetterling. Äh, ich sehe die Funkelelfe. Eine bezaubernde Funkelelfe. Gute was? Na, eine Funkelelfe, wie im Märchen. Ähm, aha, alles falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur... Die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Weg. Ja, was denn, ey? Bulle? Bulle? Die würden eine Funkelelfe nicht mal erkennen, wenn sie ihn in den Hintern stiegen. Ähm, okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Gefunkelelfen forever. Was erkennen Sie hier rauf? Das bin ich, wie die Welt rette. Ich sehe einen großen Helden. Mich. Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Ich sehe einen großen Helden. Mich. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben... Nein. Sind Sie an der falschen Adresse? Aber ich hab doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Ach, Mann. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Nein, ich war noch nicht fertig. Ich bräuchte noch ein... Schon wieder? Genau. Wow. Ähm. Ja. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium. Während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo. Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Schade. Blöder Mist. Blöder Mist. Ähm. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Warum, ey? Erstmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Wie nett. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Horschach-Test wiederholen? Na gut. Warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das hat... Also. Ähm. Elysium startet in Richtung Utopia. Tja. Das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie? Mh. Ein niedliches Vögelein. Und Sie sehen hier... Wieso? Das ist ja schon. Machen wir einfach... Was erkennen? Mh. Das ist ein Bild von mir. Auf der Titelseite. Mann des Jahres. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes. Wieso? Das ist doch... Ja, schon. So. Das war's. Wenn Sie lieber her... Aber ich hab doch nur... In dem Fall soll... Für Leute... Sie sollen... Aber... Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Hä? Aber irgendwie... Was sagt denn hier unser... Ne, nicht das. Wo ist denn das andere Dinge? Da. Müssen wir was bei dem Therapeuten machen? Hm. Ja, Psychopharmaka besorgen. Wir müssen wahrscheinlich komplett... Wir sein im Kopf. So, bitte mal ein bisschen vorspulen hier. Also. Wo nehme ich denn jetzt? Das bin ich ja. Zumindest kommen wir. Ähm. W. Eine Bitte. Und Sie sehen. Wieso? Ja. Machen wir. Egal was ich da nehmen bestimmt. Was erke. Flippt er eh immer aus. Das bin. Und Sie sehen. Wieso? Ja. Ja. So. Wenn Sie... Aber ich hab doch... In dem Fall... Hä? Was soll ich denn machen? Und bitte halten Sie... Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Brrr. Moostherapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Halleluja. Samtig. Das schmeichelt dem Hals. Alter, Alter. Zwei Stricke zum Preis von einem. Warum zwei? Eleganza. Der Strick für die modebewusste Frau. Moostherapeutische Stricke. Die günstige... Guckt sich das einer an. Der kommenden Saison trägt man den Knoten offenbar wieder links. Ah, wie ich sehe, interessieren Sie sich für unseren Flyer. Und wie? Ausgezeichnet. Sie finden darin alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten. Auf der Rückseite ist sogar eine kleine Vorschau auf die kommende Wintermode. Wenn Sie anfällig für Winterdepressionen sind, sollten Sie lieber gleich zuschlagen. Gerade zwischen den Feiertagen sind viele Modelle vergriffen. Äh, was tun Sie denn da? Ich baue mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber der gute Flyer... Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Genau. Willkommen in Morbid Moos Strickparadies. Schick. Die würden geil bestimmt auch gut stehen. Boah. Ein sympathischer, dynamischer Typ mit offenem Lächeln. Sehr vertrauenerweckend. Ach, was wäre ich nur ohne meine herausragende Menschenkenntnis. Hu, hu. Einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Strick kaufen? Hier finden Sie für jeden Hals genau das Richtige. Alter Falter. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Haha. Ein Mann mit galgen Humor. Das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Poster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja, ich weiß nicht. Meine Kopfhörer sind mir vom Kopf gefallen, Leute. Tun Sie das. Und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Ja. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Und ich bezweifle, dass ausgerechnet er bereit ist, sich helfen zu lassen. Ach, ich bin so dumm, Läuse, ne? Das stimmt wohl, was man sagt. Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Ich behalte die Idee auf jeden Fall im Hinterkopf. Tududu. Er sieht grimmig. Besser, ich störe. Er sieht grimmig. Besser, ich störe. Nein, störe ihn. Geh da hin. Barry, da ist jemand an der Tür. Ich hab's gehört. Hör sie weg. Unser Fan. Ich habe Ruhe für die Cover-Story. Du weißt schon, du wärst den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte. Ja, ich weiß. Rufus, komm rein. Aber bitte ganz leise, ja? Oh nein. Irk, wie in Irgendwofür wird man das ja wohl gebrauchen können. Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Wie traurig. Das große Irk, wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyr-Klauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Tony hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Cover-Story ging es um Centaurin. Und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. So... Ähm... Papier. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Zumindest nicht auf diesem Blatt Papier. Ich sehe schwarz. Für den Organon. So. Haben wir auch eingesammelt. Sprechen wir mal. Ach, Rufus. Das ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Was du uns den Weltuntergang eingeprockt hast, besagen sie. Ach, die sind doch nur neidisch. Ich bin total dufte. Und das weißt du. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja. Das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mache dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst dein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Sagt er jetzt eh nur so. Bleisatz irk. Okay. Hm, sonst... Nee. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Er sieht grimmig. Besser ich... Okay. Nee. Nee. So. Würde ich sagen... Wir gehen erstmal zum Stadtkern zurück. Strickladen, Redaktion, Therapie, Organ... Nee, nicht Organ. Widerstand. Das komplette Gegenteil, Leute. Äh... Äh... Nur mal zur Info. Gieß mal, brech ich sie absichtlich ab. Also ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Kleines stimmt noch. Natürlich. Äh... Upsi. Natürlich, Rufus. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Irgendwo. Irgendwo. Immer gut. Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck. Ohne Zweifel. Hm. Lottie. Oh. Ach du Scheiße. Hahaha. Ohoho. Aufmachen. Ja? Liebold. So ein Glück. Ja, nun lass mich rein. Kennen wir uns? Hä? Bist du doof? Ich bin's. Rufus. Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus. Aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Aber ich bin doch hier. Das ist deine Meinung. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Was? Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organs bist? Ach, Liebold, hör mal. Das ist doch die Höhe. Ich habe diese Rebellion immerhin gestartet. Gibt es irgendwen, der das bezeugen kann? Du meinst außer dir? Genau. Irgendwer muss für dich bürgen. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück und du kannst sie schon mal auf ein paar Liebestütze vorbereiten. Die Musik ist cool. Sprechen wir mit Sergeant Bambi und Private Lottier. Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Obdachlosen. Los, sprech mit Bambina Lottie. Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt auf ihrem Offiziere des Widerstands. Offiziere? Köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lottie und Sergeant Bambi. Sergeant Bambi. Wirst du das, Lottie? Ich glaube, ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant. Offiziere ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, ladies, immer mit der Ruhe. Ladies, ladies. Es gibt Fältchen. Fältchen gibt's dann. Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Leibold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squat-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Oha. Könnt ihr nicht mal kurz Pause machen, um mich am Tor zu identifizieren? Erst wenn wir ein passendes Motiv für unser Squat-Emblem gefunden haben. Unsere Squat-Leaderin sagt, das ist wichtig für den Teamgeist. Schon wieder Geistergeschichten? Och nö. Teamgeist, Rufus. Weißt du etwa nicht, was? Ach, vergiss es einfach. Halleluja. Ich habe eine Idee für euer Squat-Emblem. Na, dann lass mal hören. Oh, ähm, ein Blümchen. Wie wär's mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Genau. Wie wär's mit einem Prinzessinnen-Grünchen? Oh, das ist ja sowas von. Beleidigend. Genau. Beleidi, beleidigend. Und wie... Lottie wollte das erst haben. Wie wär's mit einem Einhorn? Ja. Private. Sag dir ja? Ich meinte natürlich nein. Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, dass ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Wie wär's mit einem Wischmopp? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde aufwischen, nicht wahr? Nicht doch Private. Er will uns nur beleidigen. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmopp dabei zu haben. Ohohohohoho. Wie wär's mit einem Haifisch? Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu dick aussehen könnte? Das käme auf die Fahrbahn. Wie wär's mit... Altrosa! Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. Ihr findet schon was Passendes. Wenn dir noch etwas einfällt, behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Na ja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Faschisu? Ach herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Na nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Bombard einen Sombrero aufsetzen. Hihi. Hoho, Sombrero. Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals. Oder gegen Wombards. Oh, ich liebe Wombards. Die sind, ähm, ähm, das sind nützliche Tiere. Exakt, wie Frauen. Bohohohoho. Boah. Achtung. Leitende Offizier anwesend. Aha. Und wo? Hinter dir? Haha. Ich meinte natürlich mich, du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squadleaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist. Sie unterstehen ebenfalls meinen Kangen. Ja, bestimmt tun die wieder, oder? Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General. Und du bist es nicht. Den was? Den General? Squadleaderinnen? Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Ja. Oh, so geht es nicht gut. Doch nicht schon wieder seine Milchallergie. Richte ihm aus, dass ich diesmal nicht die Haare halten werde. Ja, das macht echt keinen Spaß. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, er ist deprimiert. Wegen der Planetensprengung? Keine Ahnung. Er murmelt nur noch so stumpf vor sich hin. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Der neue General hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Nun, dann nehme ich alles zurück. Er muss sich doch Sorgen machen. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut. Ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Kann ich auch extra mit Lottie reden? Nee, nur einzeln. Okay. Dann will ich mal besser. Ich finde es so geil, ey. Ich sehe zwar, aber ich sehe nur Nutzen. Wie soll man hierher? So, Rufus. Let's go. Hm, ja, gute Frage. Warte mal, was ist jetzt hier los? Hör mal. Hm. So. Hier geht auch nichts. Da war Bozo. Das Tor ist offen. Freie Bahn. Da war Bozo. Ich habe ihn gesehen. Ist das... Oh, ist das vielleicht Bozo? Aus dem Flyer könnte ich einen prima Papierflieger andererseits können. Vielleicht finde ich ja wie bei meinen Schleuder. Das ist bestimmt Bozo, Leute. Ähm. Okay. Was ist denn jetzt bei dem hier los? Oh. Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Hä, hä, hä. Okay. Da versteckt sich doch irgendjemand. Glietes? Ihhh, Glietes. Ein normaler Klone, ne? Als Glietes verkleidet. Oh, bitte. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Hehe. Sehr gut. Da beherrscht einer seiner Rolle als schmieriger Popan. Ja, nicht wahr, genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Hm. Wahrscheinlich so wie dich. Hm. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib dir keine Mühe. Ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Hm, genau. Beobachte mich und lerne. Offensichtlich Rufus. Sein Kostüm ist nicht übel. Fast, wie habe ich selber drauf reingefallen. Hä, das ist doch Glietes. Und? Wo bleibt denn jetzt? Entspannen Sie, ich werde uns Ihnen nur befreit haben. Naja, aber uns befreien werden wir erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.